Wir sind billig. Was ihr in den Händen habt und in den Füßen. Weil da vorne stehen zwei Leute, die haben heute so einen Puls. Das ist schon nicht mehr feierlich. Die haben schon alles weggeschmissen vorhin. Selbst das Klopapier ist da nebengegangen. Also ordentlichen Applaus für die Jungs und es kann losgehen. Liebe Gäste, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass sie da sind. Sie, liebe Gäste, sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir sind heute mal die Beat Kings und zwar Professionell, der Fritz am Schlagzeug. Habt ihr jetzt im Startup gespielt? Der Rudi Ambers. Das reicht, das reicht, nicht so viel. Ich bin der Dietrich, wir wünschen euch viel Spaß, viel Vergnügen. Wird Startup Musik aus den 50ern am Ende und den 60ern.